Echtes Schmuckkistchen und damit herzlich willkommen im Fanda Metropolitano. Aguirreche mit viel Gefühl, er versucht's. Der Torwart wehrt ab und Javi Lopez. Da geht er durch. Versucht es mit dem langen Schlag. Jetzt aber. Ist da schön reingelaufen, aber das war's dann auch schon. Aguirreche steht exzellent. Da ist die Chance. Und sie schlagen ihn raus. Ab in den 16. Stark angesetzt zum Kopfball. Da muss er sich jetzt durchbeißen. Jetzt ist Übersicht gefragt. Versucht die Gasse zu finden. Riesenmöglichkeit. Klugab mit der Stirn. Durchatmen. Wie sich die Mannschaft hier präsentiert, ist mehr als überzeugend. Sie sind läuferisch stark. Sie feiten und zeigen herrlichen Kombinationsfußball. Alleine sucht seinen Mitspieler. Aguirreche hat sich den Ball schön erlaufen. Allerdings hat's nicht dafür gereicht, auch abzuziehen. Lang und hoch auf die Flanke. Ein flacher Ball. Das ist die Möglichkeit. Den Gegner. Hier war's merkwürdigerweise genau andersrum. Er versucht einen Lupfer. Und die Möglichkeit. Da ist er noch dran. Er bleibt am Drücker. Carlos Wehler. Und der Pass nach hinten. Sie brauchen jetzt mehr solcher Aktionen, aber sie brauchen einen besseren Abschluss. Jetzt müssen sie die richtige Balance finden. Abschluss! Dein... Javi Lopez. Er hat ihn einfach stehen lassen. Ab in Richtung Tor. Und noch einer. Januzay. Will ihn da durchstecken. Und das war's. Der Referee pfeift die Partie ab. Dieser Sieg ist in die Rubrik Taktische Meisterleitung.